Pferdsprung 9,837, Joey Stufenbauer 9850, Gabriela Potorak am Boden. Erste Unsicherheit bei der 16-Jährigen. Viele haben hier ja die Überraschung auch heute zugetraut. Das wird wohl nichts mehr werden. Denn gerade hier am Boden haben ja zwei aus ihrer Riege schon kräftig vorgelegt. Der beste Sprung war der Doppelsalto zum Atlas. Der beste Sprung war der Doppelsalto.